Da sehen wir wieder mit der Crew, mit der wir das Video gedreht haben, da ist unser Wheelie-Meister. Und hier sind die anderen beiden. Ja, mal gucken was da wird. Plan ist, dass wir Wäsche fahren. Ich hab ja hier bei meinem Spiegel schon verbaut. Das war aber auch ein Akt. So, Motorrad ist gewaschen, Felgen glänzen wieder richtig schön, da kommt der Herr Herrmann. Ja, da muss ich euch vor, ich hab das Reifen, alles ist nass aber. Na ja, dann fahren wir halt jetzt noch ohne die beiden, dann fahren wir halt mal anders jetzt lang. Okay. 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 Mega, der Gerutscheinfallfahrer? Ja, okay also… Super. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Schauen wir mal was gut Schauen wir mal was Ah, geil Ah, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Da kam es Wir sind nicht von Hermann Hülle, aber wir drehen anscheinend eine kleine Stadtrunde. Und die Stadtrunde sind die Stadtrunde. Ich mag da nicht vorzufahren, einen Kalimau hier vorfahren. Ich mag da nicht vorfahren, einen Kalimau hier, einen Kalimau hier, einen Kalimau hier.